So, der Creeperboss beschützt mich vermutlich. Und da hat's ein Gelber, da hat's ein Gelber. Okay, okay, ich hab den ersten Schlag gelandet. Ähm. Und? Uh, geil. Und damit willkommen zu einer Runde BackbuntBugboss Wir zocken ja gerade auf den keinleben.net, ist unten in die Videobeschreibung, und mit dabei sagen ich der Creeperboss, aber er ist gerade nicht da. Es liegt ja noch dran, weil Skype minderwertig und scheiße ist. Also, vielleicht kennen wir ein paar Leute, bei Skype ist immer so ein großes Rauschen und ich hatte gerade nicht TeamSpeak da, weil ich mein PC neu gestartet hab, also formatiert habe, auf Windows 8. Ähm, ich hatte davor windows 10 aber das hat mir nicht gefallen weil der einfach zu viele bugs aufgetreten sind wie zum beispiel konnte minecraft nicht starten und also starten konnte ich minecraft schon aber das was halt übelst genervt hat war diese ganzen also diese ganzen grafik bugs wie im photoshop da war wenn man da rein gesucht hat danach kam das so ein bug dass da irgendwie alles verteilt war und in minecraft hat man nur die hälfte des bildschirms gesehen also richtig verpackt war das bei mir ich weiß es nicht ob das so ist auf jeden fall bin ich windows 10 eigentlich ganz gut aber ja also für meinen pc ist es gerade auf jeden fall nicht gut muss ich schon sagen und deswegen habe ich jetzt einfach windows 8 gewechselt und alles ist jetzt wieder in ordnung und ich bin glücklich ende aus okay ich würde mal sagen ort ob man ist gerade eine hofzeit ich weiß gar nicht ob ihr das hört auf jeden fall richtig scheiße aber das nervt mich übelst wenn wenn irgendjemand heiratet und danach gut jeder und wie ich gehe nicht mal zur mitte sind wir gelähmt egal okay dann das was ich noch sagen wollte war als ich dann als ich dann auf also dass ich meinen pc neu aufgefahren habe wurde mir leider auch diese legend folge entzogen also die siebte aber das ist egal wir müssen die einfach irgendwie wiederholen oder da haben wir da haben wir jetzt eigentlich auch nicht viel gemacht also und denke ich zumindest aber die legend folge ist halt weg die siebte und da ist jetzt auch nicht so tragisch aber da holen wir uns am besten brustbahn und gehen dann gleich in die mitte mitte ok gut ein problem ist jetzt schicker die ganze zeit eine afk und ich brauche die bronze aber das ist dann vermutlich egal einfach ein 50er brustpanzer und 50er schwert und alles ist geregelt ok bin was hast warte ich habe die nicht verstanden bin drüben ok gut ich komme dann gleich zu dir milch einmal natürlich aufsammeln also bakos finde ich eigentlich ganz sehr interessant da ist fast wie badwurst also es ist badwurst theoretisch nur so ein bisschen modern gemacht wo es zum beispiel materialien gibt zum beispiel hier bei den goldplatten spawnt kuchen hier sehen wir es und es zählt eigentlich als 100 ressourcen also finde ich richtig cool wir können es so sagen wenn wir jeder hat die chance irgendwie irgendwie ein bogen zu bekommen backwurst weil wenn man eine bestimmte anzahl an ressourcen hat gut damit dann kann man sich theoretisch auch ein bogen kraften bzw holen 1000 materialien 800 materialien 600 materialien bogen jetzt können wir uns einen bogen können aber ich mag kein bogen deswegen holen wir uns am besten ein gutes schwert ein eisenschwert bin grad übel stolz darauf dass ich sowas habe und dann am besten am besten den brustpanzer und wir brauchen noch 30 materialien und dann gehen wir in die mitte und rasieren weil ich will auch noch was machen diese runde ok hier wir waren die ganze zeit hier am spawnen und es wird gerade richtig blöd wenn wir jetzt nichts machen ok da ist einer da ist jakob ok wir müssen eigentlich auf team gelb gehen die haben bestimmt jetzt schon ein bogen und es wird schwer werden ich hoffe einfach mal dass ich was dagegen tun kann also der kürbos beschützt mich vermutlich und dazu gelber dazu gelber ok ok ich habe den ersten schlag gelandet und geil die gd hat gelegt ok da hinten ist auch kürbos kürbos warte 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 mal okay gut wir haben post im gleichen cake nur du hast irgendwie so einen grünen monster cape sollen wir ja soll ich drauf gehen könnte ich machen also ich Du gehst da mit dem Bogen drauf So Kommt, meine Kumpanen Warte Scheiße, Digga Ähm, bauen wir zum Besten Nach oben Und danach gehen wir jetzt einfach rüber Fuck Alter, was ist da los Hat er einen Bogen Das ist nicht gut, wenn er einen Bogen hat Ich hab grad auch keinen Bogen Nein, der schießt mich runter Digga, ich weiß nicht, was ich tun soll Ähm, schaffst du mit dem Bogen? Oder willst du es mir geben? Oder was willst du mir machen? Okay, wir warten, wir warten, wir warten Der versucht grad das abzubauen Dieser dreckige Ganobe, nein Digga Der will mich runterhauen Ich geh zurück zur Base Ich geh zurück zur Base Ich brauche mir auch einen Bogen Nein, ich bin gleich dauernd, ich bin gleich dauernd, ich bin gleich dauernd Und ich hab noch, ähm, von 14 Ist er gestorben, der mit Bogen oder wer? Ähm, schreib mal mal Bogen, wenn der normale Okay, scheiße, ähm Ich kann mir ganz gut zum Bogen craften Ich muss nur zum Mitte, also Zum Zerber Base gehen Aber das wird schwer Und ich geh am besten gleich zu Team Grün Das ist irgendwie leichter Okay, ich hoffe einfach nur, dass er mich jetzt nicht runterschießt Bitte, Digga, und Hat er nicht gemacht Oh mein Gott Hoffentlich hat er nichts gemacht Bitte, bitte, bitte Okay, wir haben es geschafft Ich versuche mit einer Enderperle irgendwie mich rüber zu porten Wenn es eine gibt Okay, super Digga, ähm, du musst ganz kurz nur chillen Ich würde alles versuchen Sonstiges, ähm Enderperle 800 Materialien Habe ich mir jetzt gegönnt Jetzt ein Ich weiß nicht Eine bessere Spitzhacke Und dann reicht es vollkommen aus Digga, ich komme jetzt mit einer Enderperle Und dann, ähm, wird es jetzt witzig Weil ich versuche es jetzt einfach mit einer Enderperle Ich könnte dir jetzt auch noch eine Enderperle machen Ich empfehle aber zu Materialien Also ungefähr 20 Stück Ich komme jetzt einfach mal zu dir Ähm, ähm, ähm Es sieht so aus, als ob du gerade alles im Schach haltest Deswegen ist es gut Digga, soll ich mich rüber porten? Ciao Und Bäm Komm, komm rüber, komm rüber, Digga Ich zerstörne Ich zerstörne Ich zerstörne das Bett Oder mach du das am besten Ich greife die an Und Go, GG Warte, ist da noch einer? Geil, GG Wir haben die zusammen Weggeholt Ich würde mal sagen, das war eine gute Runde Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat Auf jeden Fall nicht lange Und dann würde ich mal sagen Ich wünsche euch noch damit einen schadigen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao